sozialwissenschaften oikos und modernen dienstleistungshaushalt woher kommt der begriff oikos erläuter den begriff aristoteles unterscheidet zwischen oikonomie und krematistik erläutern sie die beiden begriffe inwiefern spielt diese unterscheidung heute wieder eine rolle oikos das ganze haus älteste selbstständige schrift über die wirtschaftsführung eines oikos besitz hat nur für denjenigen einen wert der im vermag umzugehen selbstständig wirtschaftende einheit die unter der leitung eines hausvaters die daseinsvorsorge einer menschengruppe zu gewährleisten hatte ökologie haushalten und wirtschaften ist oft in dem zusammenhang mit oikos dargestellt oikonomie k alt europäische lehren von der haushaltungs kunst wirtschaften mit sinn und schranken auf den privaten haushalten zu finden krematistik kunst der erwerbs kunst gelderwerbs kunst der bereicherung ohne schranken wurde von aristoteles abgewertet und verurteilt heutzutage wirtschaftlich verankert ökonomie das haushalten mit dem ziel die lebensbedarfe zu erhalten krematistik wohlstand anhäufen bei dem gedanken an kapitalismus geht es darum dass der eigene gewinn maximiert wird nur ein prozent gehört 50 prozent des kapitals es gibt viele die nicht genug geld haben die krematistik ist verwerflich es gibt viele menschen die nicht wissen was sie mit ihrem geld machen sollen das geld soll sinnvoll angelegt und ausgegeben werden die gemeinwohl ökonomie das erwirtschaftete kapital wird mitarbeitern oder für gemeinnützige zwecke ausgegeben erläutern sie die begriffe privater haushalt familie hauswirtschaft und hausarbeit hauswirtschaft dient der lebenserhaltung kultur des zusammenlebens und der persönlichkeitsentwicklung das heißt haushaltsarbeit ist in der lage synergisch bedürfnisse zu befriedigen private haushalte definiert nach der amtlichen statistik ein haushalt bilden alle personen die gemeinsam wohnen und wirtschaften wer allein wirtschaftet bildet einen eigenen haushalt eine familie bezeichnet zwei ehepartner mit kindern hausarbeit hat immer zwei seiten etwas sinnstiftendes und etwas lästiges wenn man es nicht mag genauso unterschiedlich sind die dienstleistungen die haushaltsführung kompetenzen sind dafür da haushalte zu trainieren um die haushalte richtig zu führen andererseits geht es um die entlastung der haushalte um möglichst wenig selbst im haushalt aktiv zu sein mithilfe von lifestyle management womit beschäftigen sich die haushaltswissenschaften die haushaltswissenschaften richten ihr erkenntnisinteresse auf haushälterische und versorgungswirtschaftliche aufgaben und tätigkeitsbereiche die masslosche bedürfnispyramide am beispiel der ernährung grundbedürfnisse des menschen physiologische bedürfnisse atmung wärme trinken essen schlaf sinneswahrnehmung tätigkeitsdrang sicherheit gesundheit wohnung tätigkeit recht und ordnung gesetze freiheit von angst und gefahr religion und lebensplanung soziale beziehungen geborgenheit und liebe freundeskreis partnerschaft kommunikation fürsorge soziale anerkennung geltung der eigenen kraft und stärke können und kompetenz macht karriere status symbole unabhängigkeit und freiheit selbstverwirklichung individualität talententfaltung ausbildung ausübung der fähigkeiten und fertigkeiten selbstverwirklichung ist individualität durch ernährungsstil individuelles kochen wertschätzung und anerkennung anerkennung für kochkünste ernährungsweise soziale bedürfnisse kommunikation zusammengehörigkeit und kulturgut sicherheitsbedürfnisse gewohnte und sichere lebensmittel zuverlässige versorgung tagesstruktur physiologische bedürfnisse hunger und durst erläutern sie an der bedürfnismatrix nach max nev wie ernährung zu einer synergischen befriedigung der bedürfnisse beitragen kann grundbedürfnisse subsistenz essen überbefriedigt schutz im geschützten raum zusammen sein vor dem allein sein zuneigung mit der familie genießen gespräche gesellschaft geschenke füreinander da sein verstehen rezepte arbeitsaufwand kein streit wegen dem gleichen familiären hintergrund teilhabe am familienleben gemeinsam erleben muße dekoration essen kombinieren und spaß an der idee haben aufwendiges essen kreatives schaffen die rouladen sind so wie ich es mir vorstelle neue rezepte jeder bringt etwas mit aussehen des essens identität selbstzubereitetes essen freiheit zu kochen wie man will ohne stress das fest zu feiern selbstbestimmung transzendenz katholische religion ausleben was sind die ziele haushälterischen handelns inwiefern sind sie zu einer synergischen bedürfnisse lebensbefriedigung geeignet hauswirtschaft dient der lebenserhaltung kultur des zusammenlebens und der persönlichkeitsentwicklung das heißt haushaltsarbeit ist in der lage synergische bedürfnisse zu befriedigen text alltägliche lebensführung an welchen werten kann sich ein haushalt orientieren bei seiner alltäglichen lebensführung welche herausforderungen sind damit verbunden werteorientierung durch wertediskussion nachhaltigen denken und gesundheit die vielen optionen der einzelnen handlungsmöglichkeiten stellen eine herausforderung bezüglich der persönlichen angemessenen richtigen entscheidung dar mit welcher arbeit ist die alltägliche lebensführung verbunden wie wird diese arbeit bewertet die alltägliche lebensführung ist mit der sicherung des bestehens der gesellschaft sozialisationsfunktion gesundheitsfördernde handlungsmustern ökonomischen funktionen ökologischen funktionen und politischen funktionen verbunden diese arbeiten im alltag gelten als verantwortungsvoll und erfüllen die wesentlichen funktionen der gesellschaft welche verziehen beziehungen im versorger verbund außen beziehungen sind für die alltägliche lebensführung wichtig beziehungsweise unterstützen und ergänzen sie marktleistungen der konsumgesellschaft sind die modernen versorgung dorfgemeinschaften für die sicherung der grundversorgung und der zivilgesellschaftlichen organisationen auf politischer ebene unterstützen die alltägliche lebensführung mit welchen herausforderungen ist heute die alltägliche lebensführung verbunden die konsumgesellschaft braucht güter und dienstleistungen um die tägliche lebensführung zu gewährleisten eigenproduktion von alltäglichen marktleistungen ist heutzutage durch convenience produkte verpönt was bedeutet dass haushalte akteure der gestaltung von wirtschaft und gesellschaft sind welche beispiele gibt es dafür durch persönliches handeln und die eigene wertorientierung innerhalb der haushalte gestalten diese die nachfrage von konsumgutern am markt durch politische zusammenschlüsse um entscheidungen über den umgang von ressourcen zu treffen gestaltet man ökologische und ökonomische funktionen innerhalb der gesellschaft durch den verbrauch als haushalt von bestimmten gütern gestaltet man die nachfrage am markt benzinautos oder fleischkonsum klug entscheiden und handeln wie sichert man sein leben lang ein gutes leben erläutern sie folgende begriffe pluralisierung der lebensform individualisierung familie daseinsvorsorge zusammenfassung der veränderung der lebensform zunahme der einpersonen haushalte individualisierung neue form familialen zusammenlebens pluralisierung warum diese veränderungen diese veränderungen sind durch die globalisierung entstanden die veränderung der erziehungsform von autoritär zu demokratisch der ökonomische wandel und die emanzipation der frau durch bildung frauen müssen nicht mehr nur kinder bekommen und mutter sein humanvermögen daseinsvorsorge definition des privataushaltes nach meyer von schweizer private haushalte sind soziale für jeden menschen lebenslang lebensnotwendige handlungssysteme von elementarer gesellschaftlicher besorgsamkeit da sie das humanvermögen heran bilden es versorgen pflegen betreuen erziehen und zwar unabhängig vom marktwert desselben es unterscheidet sich nach vital und arbeitsvermögen humanvermögen die eigene bildung arbeitsvermögen vitalvermögen wichtig unabhängig vom marktwert die erwerbskapazität von individuellen schulbildung berufsabschluss und ein breites spektrum menschlicher fähigkeiten und potenziale gesundheit daseins kompetenzen verantwortungsbewusstsein etc was stellen sie sich unter humanvermögen vor humanvermögen ist das handlungspotenzial des menschen es wird vom menschen während seiner gesamten lebenszeit aufgebaut und genutzt die haushaltswissenschaft unterscheidet humanvermögen in vital und arbeitsvermögen ersteres wird durch die erfolgreiche vermittlung von daseins kompetenz letzteres durch die erfolgreiche vermittlung von fachkompetenz aufgebaut Daseinsvorsorge private und staatlich privat hängt mit dem haushälterischen handeln zusammen innerhalb des versorgungsverbundes staatlich kommunal ist eine grundversorgung für das menschliche dasein sicherzustellen und diese leistungen dafür zu schaffen das haushaltssystem nach rv schweizer an einem beispiel das haushälterische handeln ist das tun beschreiben lebenseinstellungen wie zum beispiel plastikfrei leben ressourcen das sind angebote an nicht plastik verpackten lebensmitteln in und auf merken handlungsmöglichkeiten wie eigene tasche mitnehmen eigene verpackungen mitnehmen in der mitte gibt es die zielsetzung der lebensführung drumherum bilden sich das personalsystem mit dem gewählten nebenstil das marktsystem mit dem handlungsspielraum im markt und das hauswirtschaftssystem mit den haushaltsinternen ressourcen das personalsystem des privaten haushalts und der einfluss auf das haushälterische handeln das personalsystem hat einschränkungen geschmack gesellschaft interesse und die selbstständige lebensmittelauswahl unterschied zwischen haushalt und familie haushalte sind menschen die zusammenwohnen und wirtschaften familien sind elternkindgemeinschaften diese besitzen steuerungs- und gestaltungsaufgaben welche ressourcen stehen einem haushalt zur verfügung ressourcen eines haushalts materielle fahrzeuge möbel geld wohnung persönliche bildung gesundheit motivation fertigkeiten emotionale stabilität soziale wie netzwerke freundschaften familienbanden unterstützung und infrastrukturelle wie markt system ressourcen öpnv wasserversorgung hilfreiche ressourcen wie dienstleistungen jetzt noch mal die einzelnen punkte also markt system arbeitsplätze einkommenserzählung marktangebot infrastruktur hauswirtschaftssystem finanzielle ressourcen zeit kenntnisse fähigkeiten ausstattung personal system zusammen lebende person zahl alter geschlecht bedürfnisse und anforderungen der haushaltsmitglieder abstimmungsprozesse einstellungen und werte was wird unter strategischer haushaltsführung verstanden erläutern sie kurz mitte und langfristige ziele der haushaltsführung strategische haushaltsführung ziele klären alternativen ermitteln und gewichten einsatz von ressourcen festlegen zum beispiel studium und deren auswirkungen auf mein leben vielfältige verknüpfung und folgewirkung von entscheidungen bewusst machen zielkonflikte transparent zu machen und lösen kein geld durch studium arbeitsbelastung für eltern offene klärende kommunikation ermöglichen und faire kompromisse vorzubereiten systematisch vorgehen kurzfristige ziele was esse ich morgen was koche ich mittelfristige ziele waschmaschine kaufen auto kaufen studium langfristige ziele weichen für viele jahre stellen hausbau kinder studium kurzfristige ziele sind diejenigen zur unmittelbaren bedürfnisbefriedigung was esse ich heute was kaufe ich ein normale alltags entscheidung ein bis vier wochen mittelfristige ziele sind mit höheren investitionen verbunden und wird länger genutzt langfristige ziele betreffen das ganze leben heirat kinder altersvorsorge hausbauen strategische fragen für eine zukunftsorientierte haushaltsgestaltung welche ereignisse werden in zukunft erwartet die einfluss auf die haushaltsmitgliedschaften leistungserwartungen die haushälterischen ressourcen und handlungsspielräume haben welche veränderungen werden in dem ressourceneinsatz oder bei den ansprüchen an die leistungen gewünscht welche veränderungen werden bei den ressourcenbeständen angeschrieben welche veränderungen werden bei den handlungsspielräumen erwartet und für haushälterisches entscheidungen als relevant angesehen gesellschaftliche funktion ernährungsverhalten und sozialisation erläutern sie das gesundheits krankheits kontinuum nach antonowski erläutern sie welche bedeutung das kohärenzgefühl für die gesundheit der menschen hat krank pathogenese belastungsfaktoren gesund salutogenese und ressourcen gesundheits krankheits kontinuum nach antonowski die chiotomie die absolute trennung von gesundheit und krankheit überwinden und beschreiben dass ein menschen mal sowohl krank als auch gesunde anteile in sich hat also sich irgendwo auf einem gedachten kontinuum zwischen gesund und krank befindet an derer stelle fordert antonowski eine mehrdimensionale sichtweise von krank und gesund das kohärenzgefühl ist laut antonowski eine globale orientierung die das ausmaß ausdrückt indem jemand ein durchdringendes überdauerndes und dennoch dynamisches gefühl des vertrauens hat dass erstens die anforderungen aus der inneren und äußeren erfahrungswelt im verlauf des lebens strukturiert vorhersehbar und erklärbar sind und dass zweitens die ressourcen zur verfügung stehen die nötig sind um den anforderungen gerecht zu werden und drittens dass die anforderungen herausforderungen sind die investitionen und engagement verdienen warum gibt es menschen die gesund bleiben und krank werden in derselben phase das kontinuum von was macht krank und was macht gesund bestimmte belastungsfaktoren machen krank psychische faktoren und auf der anderen seite ressourcen um gesund zu bleiben wir müssen genügend ressourcen haben um mit den belastungsfaktoren gut umzudrehen erläutern sie die definition ernährungsverhalten nach euthersdorf unter ernährungsverhalten wird die gesamtheit geplanter spontaner und gewohnheitsmäßigen handlungen verstanden und mit denen nahrung beschafft zubereit schon verzehrt wird ernährungsverhalten umfasst eine vielzahl von elementen die sich prinzipiell zwei gruppen zuordnen lassen den sichtbaren beobachtbaren handlungselementen form und den internen wirkenden elementen gründen was ist natürlich psychisch und sozial am essen funktion von essen natürlich naturgebundenheit der ernährung biologie des menschen zwingt ihn zum essen und trinken psychisch gefühle der motivation sozial essen ist stark sozial geregelt und institutionalisiert und hat eine erstaunliche ideen und gestaltbarkeit in den kulturen nennen und erläutern sie die funktion von essen für das individuum selbstverwirklichung teilhabe mitwirkung selbstständigkeit schaffung von identität und selbstwert wertschätzung und anerkennung individuelle zufriedenheit befriedigung von bedürfnissen teilhabe und die individuelle zufriedenheit ist die befriedigung der ästhetischer und sensorischer bedürfnisse soziale bedürfnisse wie kommunikation zusammengehörigkeit und kulturgut ist die gemeinschaft bilden und erhalten sicherheitsbedürfnisse wie gewohnte und sichere lebensmittel zuverlässige versorgung und tagesstruktur ist die schaffung von sicherheit soziale bedürfnisse und die sicherheitsbedürfnisse machen da daraus die regulation von positiven und negativen emotionen die physiologischen bedürfnisse sind mit hunger und durst die deckung des physischen bedarfs an gesunder haltung die regulation kann schwierig werden wenn es nur ein modell oder keine anderen möglichkeiten hat jetzt noch mal zusammengefasst es geht um deckung des physischen bedarfs und gesunder haltung um schaffung von sicherheit gemeinschaft bilden und erhalten schaffung von identität und selbstwert befriedigung von ethischen religiösen und spirituellen bedürfnissen regulation von positiven und negativen emotionen befriedigung ästhetischer und sensorischer bedürfnisse was ist sozialisation erläutern sie die definition nach hohermann sozialisation ist der prozess in dessen verlauf sich der mit einer biologischen ausstattung versehene menschliche organismus zu einer sozial handlungsfähigen persönlichkeit bildet die sich über den lebenslauf hinweg in auseinandersetzung mit den lebensbedingungen weiterentwickelt sozialisation ist die lebenslange aneignung von und die auseinandersetzung mit den natürlichen anlagen insbesondere den körperlichen und physischen psychischen grundmerkmal die für die menschen die innere realität bilden und der sozialen und physikalischen umwelt die für die menschen die äußere realität bilden was muss ein kind während seiner sozialation alles zum und über essen lernen stichpunkte wie was wann wie und wo gegessen wird welche lebensmittel als essbar angesehen werden von der gesellschaft und kultur es tabus magisierung und scharfe sanktionen meist eigener ekel der erwachsenen wird un- oder halbbewusst weitergegeben differenzierung von lebensmitteln und ihrem symbolischen wert lebensmittel zubereitung vermittlung von mäßigung kontrolle und vernunft geleitetes essverhalten hohe kognitive wichtigkeit und emotionale bedeutung für gesunde entwicklung der kinder mit viel anstrengung und pädagogischen geschickt motto gesundes essen mit lust und genuss vermittlung von tischlitten mit pädagogischen geschickt motto emotional nicht so stark besetzt kann noch später gelernt werden kulturelle und familiäre gegebenheiten und vorbilder das kulturelle umfeld bestimmt zum beispiel was wie wann als essbar gilt in welchen rahmen mahlzeiten stattfinden allgemeine tradierte wissenschaftliche ansichten der gesellschaft die familiären gegebenheiten werden beeinflusst durch die geschmackspräferenz der eltern die wertschätzung des essens einstellungen gegenüber speisen durch eltern die alltagsorganisation der mahlzeiten die familiäre interpretation von tischregeln die vorbildwirkung der eltern durch ihr eigenes verhalten interaktion bei tisch thema nachhaltigkeit erläutern sie wie die soziologin eva barlösius esskultur beschreibt kulturelle bestimmung von essbar und nicht essbar die küche ist als kulturelles lebenswerk regelwerk dargestellt die mahlzeit als soziale institution beispiele für die zeichensprache unserer nahrung womit verbinden sie die grünkern gemüseschnitte vegane gesunde lebensweise vollwertig und nährstoffreicher eher von frauen bevorzugt würde ich nicht meinem vater servieren etwas für vegetarier und ökos womit verbinden sie das steak festlichkeit männliche lebensmittel das glas champagner ein lebensmittel mit unterschiedlicher bedeutung bestandene prüfung charakter von freude und gratulation fest herzliche willkommen bedeutung rendezvous etwas erotisches vertragsabschluss vertragsabschluss zeichen charakter der nahrung ein lebensmittel mit mehreren bedeutungen bedeutung beim abstoß von vertragsverhandlungen meint einverständnis bedeutung bei einem intimen rendezvous bezeichnet erotisches verhältnis bedeutung nach bestandener prüfung freude und ausgelassenheit bedeutung beim fest festlichkeit herzlich willkommen welche zwei bedeutungen hat das wort küche erstens küche als ort an dem man essen zubereitet wo sich die wärmequelle zum kochen befindet zweitens regeln für die zubereitung von lebensmitteln und speisen soziokulturelles regelwerk das kochbuch erläuterung der küche als kulturelles regelwerk was ist geregelt welche lebensmittel passen zusammen wann ist und wie isst man welche lebensmittel käse und marmelade für jede speise gibt es rezepte kulturelle anweisungen die zutatenlisten mit mengen zubereitungsverfahren und den namen der speise umfassen küchen küchen differenzieren sich nach politische und regionale räume zum beispiel regional und national küchen sozialen unterschieden und ungleichheiten zum beispiel aristokratische bürgerliche bäuerliche oder proletarische küchen diese unterscheiden schiede sind heute nicht mehr so stark weil sie viel vermischt hat ethnischer und sozialer differenzen zum beispiel migrationsküchen diese werden mit den küchen vor ort kombiniert hervorhebung sozialer als auch persönliche ereignisse zum beispiel festtagsküchen was bedeutet mahlzeiten als soziale institution mahlzeit dient in allen kulturen als symbol der gemeinschaft und zugehörigkeit umfasste aspekte wie tischgemeinschaften tischsitten tischgespräche speisen und getränke unterschieden nach alltag und festtag unterschieden nach häuslich familiär und außerhäusliche mahlzeiten erläuterung von nachhaltigkeit im sinne der agenda 21 und woher der begriff stand unter nachhaltige entwicklung versteht man eine zukünftige entwicklung ohne die bedürfnisse der zukünftigen generationen zu nehmen urenkeltauglichkeit die agenda 21 kommt aus den 90ern und ist die grundlage der aktuellen agenda erläutern sie die schritte eines nachhaltigen konsumprozesses anhand eines beispiels bedürfnisreflexion bedarfsfeststellung kriterienwahl und gewichtung für beschaffungs- und nutzungsentscheidungen informationssuche kauf nicht kauf konsumnutzung eigenproduktion entsorgung resteverwertung text haushalten mit zu wenig geld was der text exemplarisch zeigt beispiel für eine haushaltswissenschaftliche fragestellung und deren bearbeitung beispiel für wertneutrale beschreibung und interpretation welche prozesse in haushalten ablaufen zusammenspiel vom sozialen system und hauswirtschaftssystem wird deutlich bedeutung von innerfamilialen dynamiken und familien selbstbild für die daseinsvorsorge beispiel für qualitative empirische sozialforschung was sind kernaussagen der autorin wie argumentiert sie visualisieren sie die kernaussagen zum beispiel durch ein mein beim oder schaubild ich habe halt gesagt familiäre hintergründe leitgedanken im umgang mit geld makrofaktoren umwelt gesetzte mit menschen das mündet alles im thema harz 4 vergleichen sie die beispiel familie miteinander beschreiben sie dazu familie a und b anhand der kategorien das haushaltssystem was können sie gut nachvollziehen was überrascht beziehungsweise wundert sie familie a zielsetzung der lebensführung personalsystem zusammenlebende person frau peters 34 ja peters 41 vier kinder 7 bis 15 bedürfnisse und anforderungen herr peters hat mehrere bandscheibenvorfälle frau peters leidet an depressionen und einer essstörung bedürfnisse der kinder werden vernachlässigt abstimmungsprozesse familiäre dynamik geschlecht geregelt einstellungen werte wer geld hat ist besser dran in dem tag hinein leben hauswirtschaftssystem finanzielle ressourcen hartz 4 und kindergeld zeit ganztägig kenntnisse fähigkeiten großhandelskaufmann und restaurant fachfrau ausstattung küche vorhanden marktsystem arbeitsplätze einkommenserzielung kein einkommen außer hartz 4 marktangebot einkaufsmöglichkeiten mit verschiedenen möglichkeiten vorhanden infrastruktur abgelegenes dorf norddeutsche kleinstadt familie b personalsystem zusammenlebende person frau reiter und herr küster beide 37 2 kinder achtund zwölf bedürfnisse und anforderungen der haushaltsmitglieder mutter neu orientierung durch ausbildung zur erzieherin abstimmungsprozesse der opa hat das geld auf dem konto alles wird in eine kasse geschmissen einstellungen werte arm sein ist unbekannt hauswirtschaftssystem finanzielle ressourcen arbeitslosengeld 2 und minijob unterhalt für ein kind zeit ganztägig kenntnisse fähigkeiten einzelhandelskauffrau und minijobber ausstattung pkw vom vater vorhanden marktsystem arbeitsplätze einkommenserzählung das war arbeitslosengeld 2 keine ausbildung vorhanden arbeitslosengeld 2 und minijob marktangebot viele verschiedene einkaufsmöglichkeiten vorhanden infrastruktur größere stadt im süden deutschlands was sind aus systemisch haushaltswissenschaftlicher sicht ansatzpunkte damit die familien aus ihrer prekären lage rauskommen können ein gefühl für geld zu entwickeln mit einer realistischen planung konstruktive beobachtung des eigenen ausgabeverhaltens eine positive einstellung gegenüber den herausforderungen im leben was sind mögliche präventionsmaßnahmen aus systemisch hauswissenschaftlicher sicht um haushalte vor prekären lebenslagen zu schützen gute verkehrsanbindung von haushalten an das öffentliche netz zu fuß und mit dem rad weiter bildungsmöglichkeiten für familien von hartz 4 motivationskurse prokrastinationskurse kinderpsychologie kurse kostenlose fitnessworkshops für hartz 4 bezieher die entspannung fördern und die möglichkeit der kommunikation miteinander bieten effizienz konsistenz und suffizienz strategien zur umsetzung nachhaltigen konsums an einem beispiel 4 strategien zur umsetzung der drei säulen der nachhaltigkeit effizienz minimierung des ressourceneinsatzes bei gleicher leistung suffizienz reduzierung des ressourcenverbrauchs durch änderung vom verhalten zum beispiel lebensstil konsum muster konsistenz anpassung an natürliche kreisläufe und prozesse zum beispiel durch nachwachsende rohstoffe partizipation demokratisierung von entscheidungsprozessen welche dilemmata gibt es bei der förderung nachhaltigen konsums nachhaltiger konsum ja konsistenz halbe und zu viele sachen suffizienz weniger schwer steigende einkommen mehr geld mehr kosten globale gerechtigkeit mehr konsumenten mehr konsum effizienz weniger wird mehr welche bedeutung hat zeit für eine nachhaltige entwicklung zeitmangel und nachhaltiges handeln um zeit zu sparen nutzen wir schnelle mobilität plastik auf spar gefeldern um schneller und früher spagel zu verkaufen zeit als gestaltungsvariable für nachhaltige entwicklung erwerbs arbeitszeit und umweltverbrauch zeitwohlstand zeit für sich selbst zu haben was bedeutet soziale ungleichheit welche drei aspekte sind besonders aussagekräftig zur differenzierung sozialer lebenslagen soziale ungleichheit drei punkte das nächste bei soziale position ausbildung beruf und migration bei der nachfolgenden frage welche risiken gibt es für private haushalte wie kann ich ihnen vor wie kann ihm vorgebeugt werden risiken für das vermögen sachbezogene ursachen wie brand diebstahl einbruch technisches versagen naturgewalt entwertung von vermögen rechtsbezogene ursachen haftung rechtswidrigkeit veränderung von rechtsgrundlagen risiken für das haushälterische handeln personenbezogene ursachen krankheit gebrechen unfall invalidität alter tod scheidung trennung risiken für das arbeits und besitzeinkommen personalbezogene ursachen arbeitslosigkeit krankheit invalidität finanzverluste durch management fehler sachbezogene ursachen erwertung des vermögens erwertung des humankapitals ausbildung risiken für störungen der sozialbeziehungen personenbezogene ursachen tod scheidung trennung wanderung soziale auf und abstiege bewertung eines gut situierten haushalts die lebenslage von haushalt z äquivalenzeinkommen anteil erwerbseinkommen mietbelastung wohnungsgröße zeitliche situationen wie psychosoziale situationen das institutionelle netzwerk und bildung sind hoch bewertet mit drei punkten im gegensatz dazu ein haushalt in einer prekären lage mit wenig ressourcen und einer abhängigkeit von staatlichen mitteln die zeitliche situationen und das institutionelle netzwerk sind die einzig hoch bewerteten stichpunkte typ vernetzte aktive hoch bewertet alltagskompetenzen sonstiges netzwerk und die wohnungsgröße diese kommen gut über die runden weil sie gut haushalten können wenn sechs von zwölf kriterien gut ausgeprägt sind ist es ein sehr guter haushalt bei der hälfte davon besteht eine prekäre lebenslage der armutshaushalt hat weniger als drei hoch erfüllte stichpunkte erläutern sie die drei kapitalarten nach bordel wie lassen sich die kapitalarten ineinander verwalten verwalten kapitalien ökonomisches kapital geld und besitz kulturelles kapital wie inkorporiert bildung geschmack objektiviert kultur güter bücher bilder et cetera institutionalisiert berechtigungen und abschlüsse soziales kapital soziale netze beziehungen und seilschaften lassen sich die kapitalarten ineinander umwandeln ökonomisches in kulturelles soziales kulturelles in ökonomisches soziales und soziales in ökonomisches kulturelles nehmen sie die kernbereiche ökotrophologischer dienstleistungen mit beispielen ja es ist versorgung betreuung mit wohnen senioren wäsche versorgung sorgliche kleinkinder verpflegung essen und trinken kinder jugendliche reinigen und hygiene erwerbstätige wie kann professionelles hauswirtschaftliches handeln für leib und seele sorgen erläutern sie dies an einem beispiel in denen sie eine dienstleistung vorstellen für welche zielgruppe diese dienstleistung angeboten wird und welchen beitrag diese dienstleistung zum guten leben leistet ziel der hauswirtschaftlichen altersversorgung und betreuung zum beispiel lebenserhaltung persönlichkeitsentfaltung und kultur des zusammenlebens als lebensqualität und das wird dann anhand von einer dienstleistung in sozialen einrichtungen und privaten haushalten weitergegeben welche wirkungen outkommens haben ökotrophologische dienstleistungen für die einzelnen menschen versorgt sein sicherheit im alltag andere versorgen wissen und fertigkeiten haben pflegen erweitern persönliches wohlbefinden gesunderhaltung nachhaltigkeit leben die eigene persönlichkeit ausdrücken begegnung und kommunikation gemeinschaft gestalten pflege von gewohnheiten und ritualen aktiv sein sich bewegen etwas sinnvolles tun freunde erleben und spaß haben welches potenzial können ökotrophologische dienstleistungsbetriebe für eine nachhaltige entwicklung haben wenn sie ihr handeln am leitbild einer nachhaltigen entwicklung orientieren bilden ein breites spektrum der alltäglichen lebenswelt ab ernährung wohnen kleidung reinigung mobilität engagement bildung soziales freizeit können ressourcenschonender produzieren als privataushalte erreichen eine große anzahl von konsumenten strukturieren der verhältnisprävention im unterschied zu verhältnisprävention verhaltensprävention verhältnisprävention im unterschied zu verhaltensprävention impulse und ausstrahlungskraft für privataushalte experimentierräume perspektivisch zunehmende bedeutung durch demografischen wandel und veränderung von familienstrukturen sowie nachfrage nach außerhäuslichen dienstleistungsangeboten das konzept der achtsamkeit bei essen und trinken zu lebenszufriedenheit und besserer gesundheit achtsamkeit ist im hier und jetzt sein und alles jetzt wahrnehmen und nicht mit gedanken bei der nächsten tätigkeit sein den moment lernen zu genießen man achtet auf essen wenig giftiges ich achte auf die verpackung meiner lebensmittel möglichst lebensmittel direkt vom erzeuger die biologisch produziert wurden und die bauern von den erträgen leben können achtsam einkaufen direkt ohne plastik verpackung und im umfeld wenig krebserregende plastik freie produkte zu kaufen socializing wenn man etwas leckeres kocht und sich darüber freut wenn andere das auch mögen überleiten man versucht gemeinsam zu essen um sich zu entspannen auf das eigentliche essen konzentrieren langsam kauen um zu genießen erläutern sie an der bedürfnismatrix nach max neve ernährung zu einer synergischen befriedigung der bedürfnisse beitragen kann subsistenz essen über befriedigt schutz im geschützten raum zusammen sein vor dem allein sein zuneigung mit der familie genießen gespräche gesellschaft geschenke füreinander da sein verstehen rezepte arbeitsaufwand kein streit wegen dem gleichen familiären hintergrund teilhabe am familienleben gemeinsam erleben muße dekoration essen kombinieren und spaß an der idee haben aufwendiges essen kreatives schaffen die rouladen sind so wie ich es mir vorstelle neues rezept jeder bringt etwas mit aussehen des essens identität selbstzubereitetes essen freiheit zu kochen wie man will ohne stress das fest zu feiern selbstbestimmung transzendenz katholische religion ausleben diskutieren sie die these die richtige familien mahlzeit gibt es nicht mehr beziehen sie sich dabei den sozialen wandel und die dimension der mahlzeiten mit ein die mahlzeit mit der familie gibt es immer weniger die mahlzeit besteht aus der speise und der sozialen situation die speise verändert sich durch convenience und zeit und die soziale situation wo gegessen wird verändert sich es gibt andere tischgemeinschaften etc auch die zeit mit der familie verändert sich diese trifft man oft nur noch am wochenende um gemeinsam zu essen wie kann man familien unterstützen damit mahlzeiten gemeinsam zu sich genommen wird durch angebote die richtige familienmahlzeit ist geprägt von einer idealvorstellung durch werbung kindheitserinnerung erfahrung rollenverteilung familienbild gesellschaftsbild begrenztes angebot saisonalität knappheit notwendigkeitsgeschmack beeinflusst wird die heutige mahlzeit durch diverse faktoren unserer modernen konsumgeschäft diese sind zeitmangel richtige mahlzeiten auf das wochenende abende verschieben ein personenhaushalt moderne lebensform variation von mahlzeiten convenience ideal slow food wertschätzung von lebensmitteln und mahlzeiten pragmatischer ernährungsstil dementsprechend kann man davon ausgehen dass die richtige familienmahlzeit nur als idealvorstellung existiert durch den gesellschaftlichen wandel verändern sich mahlzeiten benennen sie aspekte des gesellschaftlichen wandels und was diese für die heutige und zukünftige mahlzeiten gestaltung bedeutet welche anforderungen werden an die mahlzeit von morgen gestellt wie könnte sie aussehen begründen sie ihre aussagen ja wie können mahlzeiten in zukunft gestaltet werden visionen darstellen nachhaltigkeit ist wichtig wertschätzung gemeinschaftlicheres mittagessen verlängerte mittagspause technisierung versus selbstgemacht saisonales und regionales einkaufen aufklärung und bewusstsein eigeninitiative in einer wg erläutern sie die handlungsspielräume privater haushalte für die umsetzung nachhaltiger ernährungsstile anhand des haushälterischen dreiecks es geht darum zu beschreiben welche handlungsspielräume bei den ressourcen oder lebenseinstellungen gegeben sind sinnsetzung ich setze mich mit dem auseinander mir ist es wichtig weniger fleisch zu essen bei handlungsspielräumen wo kann ich mittag essen oder wo kann ich einkaufen bei ressourcen der haushalt so viel so und so viel geld etc da weniger ausgegeben und da mehr ausgegeben objektive und subjektive ebene beschreiben haushälterisches dreieck personalsystem einschränkungen geschmack gesellschaft interesse selbstständige lebensmittel auswahl hauswirtschaftssystem geld fehlende kenntnisse zeit neues rezept aufklärung markt system wohnort transparenz der kennzeichnung wochenmarkt biokiste zugangs barrieren verpackung vielfältiges angebot ökologisch zielsetzung der lebensführung stellenwert von lebensmitteln vegan oder nicht männlich oder weiblich vorbild eintönigkeit saisonal regional umweltschutz als junge person zukunftsorientiert kenntnisse anwenden können erläutern sie die motivation und barrieren zur umsetzung nachhaltiger ernährungsstile anhand der restriktion beziehungsweise ressourcen kategorien nicht wissen nicht wollen und nicht können am beispiel was ist wenn ich mehr regionale oder saisonal produkte einkaufen möchte was ist wenn ein bauer um die ecke habe oder nicht punkte aus der teilhabe entnehmen bei der frage geht es um die anhaltspunkte wo es schwierig wird das ziel umzusetzen ressourcen und restriktionskategorien nicht wissen wie und wo kann ich meine ideen realisieren nicht können geldmöglichkeiten haben nicht wollen vom mund ins portmonee ist ein weiter weg nicht sollen muss gesellschaftlich akzeptiert sein diskutieren sie warum es schwer ist nachhaltige verhaltensweisen im alltag umzusetzen und es trotzdem menschen gibt die nachhaltige strategien im alltag umsetzen politik durch den einkaufskorb welche möglichkeiten haben verbraucherinnen nachhaltige entwicklung zu beeinflussen wo liegen die grenzen da schön schön so